Macht ist bereit. Erstmal zur Schweinefarben. Ich versuche eigentlich den kompletten Carpound gerade zu verhindern, damit ich da nicht durch muss. Nachkommen fährst du gerade, oder? Ja. Blutlinie. Blutlinie. Scheiße, auf Blutlinie braucht kein Mensch mehr. Hä? LOL. Ich hätte schwören können, dass der Hinweis dort ist. Nope. Ich brenne komplett aus. Mach keinen Angst. Und jetzt war ein Graben wie der Elektrofett. Also die anderen Bosse gehen irgendwie noch, aber bei dem Viech muss man irgendwie nach vorne oder war. Ja, es gibt aber genug Leute, die den trotzdem ganz schnell leise machen. Ja, ich frage mich, wie soll ich das machen? Anleihen, was ist bei ihr oben, ey? Echt jetzt? Scheiße. Ja. Ja. Aber natürlich. Boah, es ist hier lauut. ich habe geschossen ich habe geschossen das viel ich kann es nicht ich brauche unbedingt leben die schaffen es nicht leise irgendwo durchzugehen da flippt bei uns ist aber alles in zwei schwarm mit der hunde pferd stachel putzen noch ein normaler stachel typ alles auf einen haufen meistens so dass wenn du eins kaputt machst triggert alles andere so wo wir mal lang ja flash bekommen station die hier drin ich will es eigentlich auch nicht die anderen werden definitiv hier hoch kommen alle ausgänge sind hier also wenn er verbannt wird werden die definitiv wir helfen man muss ich echt hier in die serate haben die war nicht ich nahkampf ganz kurz gewartet weil ich wäre jetzt in der nächsten sekunde ich bleibe stehen noch ein zweiter bestimmt keine ahnung ist es weiß da vor mir doch da ist einer bei dem waggon habe ich habe nicht mehr stimmen wir haben der laterne mitgenommen vielen lieben dank jetzt ist doch so nein doch nicht noch weiß ich mache mir dazu nicht dass da irgendwelche vier der ist richtig schnell auf fucking hell ist es ist rot es ist rot kommt immer schnell das muni okay von hier kommt man rein ist es also hier hat irgendwas fallen lassen hier ist auch man muss richtig aufpassen die anderen die anderen diese acht das sind die anderen hat mit der bau und die sind ja wie du gesagt hast gehen wieder weg glaube ich ja wir gehen weg oder dass die laufen ausrufen muss er sich aber laufen ja dann wollten es vielleicht doch irgendwie so kommen nehmen wir dennoch mit so lang es ist nicht genommen wird aber dann ist das halt man es halt schon da irgendjemand hatte glaube ich ja direkt hinter mir aber bei mir ist ein steps glaube ich achte ja hier sind es selbst und hier findet gerade glaube ich gerade auch ist jemand also kein safe call habe ich glaube dass jemand ist einfach damit rechnen aber dass sie dann nicht eher die jagt haben würde ich dann nicht nachvollziehen können ja das war doch ein schalldämpfer schuss oder einer auf 150 grad glaube ich also zwar habe ich jetzt nicht gesehen könnten aber auch zwar auf einem fleck sein sollen wenn sie jetzt nicht hier sind dann sind sie eher verkauft ja damit das hat zu werden sehr im gebäude dass die anderen hoch rennen können die machen die töten den verband rennen hoch zu uns und von uns gehen sie zum hausgang einfach so es ist doch ein witz muss auch mal gucken wo die sind ungefähr sehen die man sich kann ich habe zwei sichten verballert gerade ehrlich gesagt das hat mich jetzt wissen wir sind dann auf dem hoch alles auf das feld ich bereue die entscheidung gerade wir laufen gerade zusammen wenn es ist noch nicht orange ist haben eigentlich nicht die ganze zeit schon hier ganze feld hast du gleich wenn du da bist ja richtung 180 war weiter weg ja dann schaffen wir es doch noch oder schön freut mich solche runden gefallen mir ist dann immer die schönsten runden zwei kleine kills gemacht boss verband die waren wirklich schön das war so richtig snackerido im null ahnung ob das wir da sind und bleibt einfach stehen weil dann immer es aufnimmt und ich habe nein hoffentlich nicht ja und damit bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns vielleicht in der nächsten folge